Endlich. Endlich ist der Sport in Berlin zurück und es kann wieder so richtig losgehen. Die Late Season startet gleich mit einem richtigen Highlight. Das Midsommerfest Run & Jump vom SCC Berlin. Alle Beteiligten freuen sich, dass die Pause endlich vorbei ist. Ich freue mich umso mehr, dass es jetzt losgeht. Echt super, dass es jetzt endlich mal wieder ein Wettkampf ist. Herrlich! Hier im Momsen-Stadion treffen Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland aufeinander und messen sich im Sprint, bei den Hürdenläufen und im Weitsprung. Ich finde die Event immer sehr, sehr cool. Ich war auch letztes Jahr schon hier am Start. Ich habe relativ viel los hier. Hätte ich nicht erwartet. Das macht die Sache natürlich schon besonders. Doch das Midsommerfest ist erst der Anfang. Es ist der erste Schritt zurück zur Normalität und gleichzeitig der Startschuss in ein zweites Sporthalbjahr. Jetzt kann es also so richtig losgehen. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.